Das sind wir gar nicht unbedingt, aber der spanische Markt, sagen wir mal, der bis 300.000 Euro, der ist natürlich nicht gestiegen. Die Spanier, die haben mit ihren ganz normalen Jobs und so weiter natürlich viele Probleme. Die meisten sind in Kurzarbeit. Der Tourismus ist komplett eingebrochen, also dieser Massentourismus. Deswegen, also dieser Markt liegt einfach mehr oder weniger brach. Das heißt, wir können schon, ich weiß natürlich schon, dass du diesen Markt nicht bedienst, aber ich glaube, das ist ja für viele auch spannend zu wissen. Das heißt, wir sprechen schon wirklich von zwei konkret unterschiedlichen Märkten in Mallorca. Ja, absolut. Absolut. Also die Schere geht auch immer mehr auseinander. Wir haben in den letzten Monaten so viel Luxusnachtfrage bekommen, dass wir dann zwischendurch tatsächlich mal unsere Werbung abschalten mussten, damit wir hinterherkommen, um diese Kunden vernünftig bedienen zu können. Und da gibt es Kunden jeden Tag, die suchen für 5 Millionen, die suchen für 10 Millionen. Die brauchen natürlich unheimliche Aufmerksamkeit und Zeit, bis man denen diese Zeit widmen tut. Und gerade hier auf der Bergseite, so 30 Minuten von Palme, da suchen sehr viele Wirtschaftsvorstände, berühmte Schauspieler, aber alles Leute, die wollen gar nicht gesehen werden. Die suchen einen Rückzugsort und wollen sich auch mit der Natur verbinden. Wir haben jetzt auch viele Leute, die suchen autarke Fincas mit eigenem Strom, mit eigenem Wasser. Früher war das gar nicht so interessant. Das war mehr so ein Hindernis. Und jetzt gibt es wirklich auch direkt Nachfragen nach autarken Landhäusern, wo die Leute dann ihre Gemüse anbauen und so weiter. Okay, ich finde das ja wirklich spannend. Jetzt bist du schon so lange auf der Insel. Warum hast du dich in dieser Inselmitte positioniert? Warum bist du nicht so wie viele andere Kollegen an die Südküste runtergegangen? Porto Andratsch, die Häfen, die geilen Luxus-Bendhäuser. Also warum hast du dich da rein nicht positioniert? Warum, Entschuldigung, wenn ich das jetzt, du bist eine wunderhübsche Frau, aber wenn ich sage, du bist eine Landhausmaklerin, ja. Naja, das sind natürlich auch Landhäuser auf hohem Niveau. Also man steht da nicht mit der Mistforki frühmorgens auf seinem Grundstück, sondern das ist schon alles auch im Gehobenen. Der Grund ist einfach der, dass ich mich persönlich auf dem Land auch wohler fühle bei der Natur und dass der Umgang mit den Kunden und Eigentümer auch für mich persönlich angenehmer ist als im Südwesten, im Luxussegment, an der Küste. Das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und jeder muss auch machen, was zu einem passt. Wir wollten uns da nicht einreihen in die, ja, in die Reihe der Makler, wo dann 15 Makler nebeneinander in einem Ort sitzen und Haifischbecken und jeder gegen jeden. Das ist nicht unsere Philosophie und deswegen haben wir uns für den ländlichen Bereich entschieden und es war auch in einer Zeit, wo die Finca nicht so nachgefragt war und da waren wir eine der einzigen, die sich auf den Finca-Markt spezialisiert haben und jetzt profitieren wir davon. Das hat man ja auch unternehmerisch bei dir gemerkt. Also du hast ja vorher gesagt, du hast 18 Mitarbeiter jetzt. Wie ist denn das bei euch aufgeteilt? Vier Büros? Habt ihr ein zentrales Marketing oder wie seid ihr als Unternehmen strukturiert? Also unsere Firma ist ein inhabergeführtes Unternehmen, mein Mann und ich. Um Verkaufsmanagement, Personal und Marketing kümmere ich mich. Mein Mann ist für die Buchhaltung und die Informatik zuständig. Dann haben wir, wir haben eine eigene Vertragsabteilung hier. Die Frau Manske sitzt in der Vertragsabteilung. Dann hat jedes Büro seine Sekretärin. Dann haben wir eine Dame im Lead-Management, die macht nichts anderes als die Kunden an die Mitarbeiter zu verteilen und im Gesamten, ja, ist da eine sehr gute Dynamik drin. Wir sind in ständiger Kommunikation. Was bei uns das Schöne ist, in unserem Unternehmen, wir arbeiten sehr viel miteinander und nicht, überhaupt nicht gegeneinander, weil unsere Basis ist die, ist der Workflow, also ein gutes Miteinander und wenn es Probleme gibt, dann wird drüber gesprochen, es wird gelöst, aber wir wollten nicht so arbeiten wie viele Makler, wo halt viel mit Ellenbogen ist und die Mitarbeiter untereinander sich nicht grün sind. Das war von Anfang an. Jetzt bist du ja in den letzten Jahren eben auch mitarbeitertechnisch stark gewachsen. Haben da die letzten beiden Jahre oder dieses letzte Jahr coronamäßig, wie sind denn da deine Gedanken? Möchtest du weiterhin wachsen? Stellst du noch jemanden ein oder möchtest du, sagst du eher, wir warten jetzt einmal ab, wie es sich entwickelt? Also das ist auch eine sehr gute Frage. Wir hatten bis letztes Jahr im Sommer, die letzten acht Jahre ein ziemlich stabiles Team, stetig am Wachsen, aber die alten Hasen sind immer geblieben. Und seit Corona haben sich viele Leute auch privat irgendwie anders orientiert. Der eine möchte was anderes machen, der andere, der nächste möchte. Also wir hatten ein bisschen Fluktuation seit Corona im Team, weil auch jeder plötzlich seine Prioritäten verschoben hatte. Es kamen Existenzängste dazu und so weiter. Also da hat sich wirklich auch viel bewegt. Deswegen ist für uns momentan die Mitarbeiterführung und die Teamführung unheimlich wichtig, damit halt auch alle dabei sind und motiviert sind. Also da gab es ein Shifting seit letztem Sommer, muss ich sagen. Man merkt das ja, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft, also dass Corona da viele Dinge verschoben hat und Menschen auf einmal Dinge machen, die sie vorher nicht gemacht haben oder auch umgekehrt. Ja, wir hatten auch Probleme, dass manche Mitarbeiter nicht mehr aus dem Homeoffice raus wollten und so. Und wir dann mussten die alle wieder motivieren, mal ins Büro zu kommen, auch wenn jetzt vielleicht nicht so viele Leute unterwegs sind. Also das ist halt unser Hauptaugenmerk auf dem Team und wie es so in der Zukunft sich entwickelt. Also momentan ist es wirklich so, wir haben vier Büros, aber die meisten Anfragen kommen über das Internet und über Empfehlungen. Also wenn wir jetzt gar kein Büro irgendwo hätten, wäre das momentan eigentlich, glaube ich, auch nicht so schlimm. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt sind vier Büros vorzuhalten. Das kostet auch in Mallorca eine Menge Geld, also vor allen Dingen, wenn man es so wie du auch teilweise in prominenter Lage hat am Hafen oder sowas. Gleichzeitig die Nachfrage aus dem Internet hat sich wahrscheinlich in den letzten 13 Monaten noch einmal verzehnfacht. Also nur, dass wirklich einer über das Ladengeschäft bei euch reinmarschiert und sagt, ich kaufe die Finca um fünf Millionen. Das ist ja mittlerweile eher der Einzelfall. Denkst du da auch nach drüber, sagen wir mal, gleichbleibende Anzahl von Menschen, aber weniger Shops und lieber noch einmal dieses Geld ins Internet rein investiert? Also dadurch, dass wir sehr, sehr gut verkaufen. Wir hatten das beste erste Quartal seit unserer Firmengeschichte dieses Jahr. Deswegen ist es jetzt keine finanzielle Entscheidung, ob wir Büros abbauen oder aufbauen. Und wir können das sicherlich auch ein paar Jahre aussitzen. Die Frage ist, wie sich das Ganze entwickelt. Also wenn das jetzt immer mehr in Richtung Internet geht und immer weniger Leute kommen, dann ist vielleicht schon irgendwann die Überlegung, dass man ein großes Business Center hat, alle Leute zusammensetzt und das Geld ins Internet steckt. Ja, aber das ist jetzt keine kurzfristige Entscheidung, sondern eher auf die nächsten fünf Jahre gesehen. Ich finde das ja auch insofern spannend, Mann. Du hast ja diesen Bekanntheitsgrad. Die Läden sind teilweise jetzt weder von deinen Mitarbeitern frequentiert, noch von den Touristen frequentiert. Hast du gemerkt, dass du in den letzten zwölf Monaten zwar besser verkaufst wie früher, aber bei besser Verkaufen bei auch viel weniger Anfragen, also da viel mehr Effizienz drinnen, diese teilweise, diese, kann man ja ruhig sagen, Immobilientouristen, sind die weggefallen? Auf jeden Fall. Also das ist auch ein besseres Arbeiten, auf jeden Fall. Also die Immobilientouristen, die wir eigentlich auch in unserer Gegend gar nicht so stark hatten, wie jetzt vielleicht ein Makler in Portals oder an Dratsch. Wir hatten sowieso schon weniger Immobilientouristen, aber jetzt kommen die Leute wirklich ganz gezielt und die kommen auch nicht mehr dreimal im Jahr, um sich was anzuschauen, sondern die machen die Vorauswahl über das Internet. Wir machen schon Online-Viewings, manche machen nach dem Viewing sogar schon ein Angebot und dann kommt die ein Wochenende und dann fällt die Verkaufsentscheidung. Also das ist schon sehr viel zielführender jetzt auch die Anfragen und die Leute treffen schneller die Entscheidungen. Wir haben jetzt momentan auch ein Pärchen hier, die suchen bis 15 Millionen, haben sich in ein Hotel eingemietet und sagen, wir bleiben jetzt so lange, bis wir was gefunden haben. Ach, das ist aber süß. Genau. Das ist auch eine witzige Anekdote. Also die Leute kommen einfach nicht mehr so oft, um sich Häuser anzuschauen. Deswegen entfällt auch dieser Immobilientourismus, ja. Okay, cool. Also eigentlich mehr Effizienz. Absolut, ja. Was ich eigentlich auch schon immer wissen will, was ich glaube, ich auch viele interessiert, eine der Nachteile, wenn man das einmal so formulieren darf, wenn man sich auf Finkas spezialisiert, wenn man sich auf Grundstücke spezialisiert. Das spanische Immobilienrecht ist ja nicht ganz mit dem deutschen Immobilienrecht zu vergleichen. Also in manchen Seminaren verwende ich immer so eine flapsige Aussage wie Finka und Legal. Das gibt es sowieso nicht. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass du, sagen wir mal, um das auch wieder vorsichtig zu formulieren, dass ihr wirklich mit einer Menge, sagen wir mal, Immobilien zu tun habt, die im Graubereich sind. Wie geht ihr mit solchen Sachen um? Irgendwann muss man es ja kommunizieren. Also wir achten schon direkt bei der Objektaufnahme darauf, dass wir im grünen Bereich sind oder wenigstens im grauen. Ja, also das heißt, das Haupthaus sollte schon mal legal sein. Wenn der Pool, das Gästehaus oder der Abstellraum vielleicht nicht ganz komfort gebaut sind, dann kann man das trotzdem verkaufen, wenn es wenigstens schon mal verjährt ist. Das heißt also, dass hier was verjährt ist, müssen mindestens schon mal die Bauten zehn Jahre alt sein und dürfen nicht im Naturschutzgebiet liegen. Das klären wir vorher alles ab. Und der Kunde wird eigentlich schon vor der Besichtigung informiert, damit er sich nicht erst verliebt und hinterher dann der böse Makler hat nichts gesagt. Also wir wissen ganz genau, was legal ist und was nicht. Wir können das vorher abklären. Das heißt, ihr müsst schon überproportional viel Zeit in die Objektrecherche investieren, wenn ihr denn, oder sagen wir mal so, in dieser Auftragsannahmezeit. Ja, ja, genau. Also wir prüfen halt das Grundbuch, wir prüfen den Kataster. Und anhand der Grundstücksgröße und des Alters des Hauses kann man auch schon sehr viel ableiten, ob das überhaupt alles gebaut wurde mit Lizenzen oder nicht. Ich glaube, das ist ja gerade auch in Mallorca als Information für den Käufer sehr, sehr wichtig, weil man liest ja auch immer wieder in der Zeitung, dass es dann hinterher die Überraschungen gibt, also so von wegen Häuser abtragen wieder. Gibt es das wirklich? Also das gibt es schon, wenn man jetzt ein Haus kauft, was im Naturschutzgebiet liegt und das hatte keine Lizenzen, dann kann das schon sein, dass das auch immer abgerissen wird. Also das Problem ist halt auch, dass viele Makler sich nicht auskennen mit den Gegebenheiten auf dem Land. Es ist auch ehrlich gesagt schwierig, weil es gibt so viele Einschränkungen und aber auch wieder Abwandlung. Also wenn man sich nicht auf diesem Markt spezialisiert hat, dann ist es ziemlich schwer, das auch zu verstehen. Und deswegen geben auch viele Makler falsche Auskünfte. Zum Beispiel gibt es diese berühmte Cedula der Habitabilität, diese Bewohnbarkeitsbescheinigung. Die Mehrheit der Leute glaubt, wenn diese vorliegt, ist das hauslegal. Das ist aber nicht so. Das ist nur das, das ist ein Irrglaube. Und da entstehen halt dann auch viele Fehler. Also ich würde immer jemandem raten, der hier auf dem Land kauft, dass er sich einen Anwalt nimmt, um halt auch alles abzuschecken. Okay, also dass so ein Anwalt in einem Kaufvertrag involviert ist, das ist so in deinem Bereich eigentlich Standard? Ja, also zu 95 Prozent. Das kennen wir ja in Deutschland oder so. Die Österreicher kennen das, aber so ein deutscher Makler hat ja in der Regel, wird kein Kaufvertrag mit einem Anwalt gemacht. Ja, also den Kaufvertrag können wir auch selber machen, weil wir haben unsere Vertragsabteilung. Aber der Kunde möchte immer, dass der Anwalt nochmal drüber schaut. Viele schicken auch einen Architekten vorbei, der dann auch mal zum Rathaus geht, um zu schauen, ob es keine offenen Zahlungen gibt, ob es keine abreißt. Da wollte ich ja auch noch einmal hin. Also ich glaube schon, auch eine andere Eigenart oder Andersartigkeit des spanischen, sprich mallorquinischen Immobilienmarktes ist es, in Deutschland treffe ich eine Kaufentscheidung und sage, Frau Fledling, bitte machen Sie mir einen Notartermin. Das ist ja bei euch ein bisschen anders. Da wird ja wirklich zuerst reserviert und dann wird im Prinzip das Grundbuch sauber gemacht. Gerade bei älteren Häusern, von dem Moment der Reservierung bis zum Kaufvertragsvollzug, das dauert ja ein bisschen länger im Zweifelsfall. Was kann man da für Zeiten rechnen? Also das kann man auch wieder so pauschal gar nicht sagen. Also es kommt darauf an, wenn es ein altes Grundbuch ist, das kann sein, dass da gar nichts drinsteht, außer das Grundstück. Da muss das Haus nachgetragen werden. Da muss man schauen, gibt es irgendwelche Wegerechte, die vielleicht noch rausgetragen werden können und so weiter. Also der Standard, das Standardprozedere ist einfach, man einigt sich auf den Kaufpreis. Man setzt einen Optionsvertrag auf, dann werden 10% angezahlt auf den Kaufpreis. Das geht im Idealfall an ein Notaranda-Konto. Sobald es da manchmal auch, gerade die Spanier möchten das Geld dann auf ihrem Konto haben. Da muss man schauen, wie man sich da absichert mit Bankgarantie oder auch den Optionsvertrag eintragen lassen im Grundbuch. Also so eine Maklerklausel nennen wir das in Deutschland, dass das Geschäft unter deiner Vermittlung zustande gekommen ist. Genau, ja. Also und dann sind so ein bis drei Monate im Durchschnitt, wo man dann Zeit hat, zum Notar zu gehen. Und in diesem Optionsvertrag sind dann diverse Klauseln drin. Sprich, das Grundbuch muss angepasst werden oder das Wegerecht muss ausgetragen werden und so weiter. Also da hat man dann Zeit, das alles zu klären. Dann geht man zum Notar und dann ist es halt hier ganz anders als in Deutschland. Man übergibt das Eigentum am selben Tag, wie man halt bezahlt und ist direkt Eigentümer. Also das ist nicht wie in Deutschland, das ist, glaube ich, anders geregelt. Ja, da geht es Zug zum Zug, wenn dann die Kohle da ist und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen, also das ist tatsächlich anders. Ja, also hier ist es, wie gesagt, an dem Tag, wo jetzt, sagen wir mal, 1. Oktober ist der Notartermin. Dann fließt das Geld, dann wird die Schlüsselübergabe gemacht und man ist direkt Eigentümer auch im Grundbuch und kann einziehen. Und der Eigentümer muss auch direkt ausziehen. Also das ist alles am selben Tag. Okay, cool. Ich glaube, das ist durchaus eine Information, die allen nicht ganz so geläufig ist, also durchaus anders. Wie würdest du denn, fragen wir mal so, wie würdest du denn den Markt in Zukunft in Mallorca sehen? Glaubst du, dass die Wirtschaft im Prinzip so zerschossen wurde in den letzten zwölf Monaten, dass die Insel wirklich leidet, dass der Immobilienmarkt auch nachträglich Schaden darunter leidet? Oder denkst du, wenn das jetzt so wirklich vorbei sein soll und wir da alle irgendwo geimpft sind oder Medikamente haben, dass auch der normale Immobilienmarkt in Mallorca wieder anspringt? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist der Hintergrund der Frage, weißt du, der Hintergrund der Frage. Jeder normale Immobilienmarkt, jetzt nicht in den Ferienimmobilienbereichen, aber funktioniert normal an Gehältern. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in Mallorca wirklich ganz viele arbeitslos sind, dass auch ganz viele Hotels geschlossen werden, dass auch viele Hotels am Markt kommen. Und durchaus vielleicht auch kleine Finca Hotels, die ja auch im Verkauf die Preise mit hochgetrieben haben. Siehst du das in Zukunft auch noch? Ja, also es ist natürlich, man kann gar nicht so ganz genau sagen, wo es hingeht, weil die letzten zwölf Monate haben uns gezeigt, dass der Markt und auch die Politik in Europa nicht wirklich berechenbar sind. Wir wissen alle nicht, was passiert. Ob jetzt durch Impfung oder nicht impfen, dass jetzt alles besser wird, dann wissen wir auch nicht. Dann gibt es wieder neue Motuationen und so weiter. Also so richtig weiß man nicht, wo es hingeht. Aber der Trend, den wir hier absehen, ist einfach, dass der Luxusmarkt weiter nach oben geht. Die Preise werden teilweise auch erhöht oder sind gar nicht mehr verhandelbar. Also wir haben jetzt in letzter Zeit so viele auch sehr teure Objekte gesehen, die wurden verkauft, egal von uns oder von jemand anderem für den Asking-Preis. Das waren Objekte, die auch teilweise ein, zwei Jahre im Programm waren und auch durch Rabatte nicht weggingen. Und jetzt werden die verkauft zum Asking-Preis. Deswegen denken wir, dieser Luxussegmentmarkt, der geht immer weiter nach oben. Der ist sehr stabil und entwickelt sich noch weiter. Wenn ich da noch einmal nachfragen darf, wie kann ich mir das vorstellen? Da kommt ein Deutscher, ein Schweizer, ein Skandinavier, ein Engländer oder was gut woher. Oder von mir ist auch ein Spanier. Der kauft sich für 5, 6, 8, vielleicht sogar wieder ein Pärchen für 15 Millionen, da eine Hütte. Wie bezahlt denn der da? Wird da finanziert? Wie laufen da die Konstruktionen? Ja, also finanziert nicht, weil man muss, aber wegen der Vermögensteuer. Also wenn man ab einem gewissen Betrag kauft, dann muss man hier Vermögensteuer bezahlen. Und wenn man eine Hypothek aufnimmt, egal ob jetzt von einer Bank oder auch ein Darlehen privat durch die Firma oder vom Ehepartner, das muss beim Kauf mit eingetragen werden. Dann kann man sich diese Vermögensteuer teilweise oder sogar ganz sparen. Und das ist halt der Hauptgrund, warum Objekte eine Hypothek bekommen. Okay, spannend. Also da wird aus steuerlichen Gründen finanziert. Ja, absolut. Und nochmal zu deiner Frage mit dem Markt auf Mallorca. Die Schere geht immer weiter auseinander. Das Geld, was jetzt vielleicht viele Branchen auch verloren haben in ganz Europa, das ist ja nur neu verteilt worden. Also Richtung Technologie, Unternehmen, Amazon und so weiter. Deswegen gibt es jetzt viele Leute, die plötzlich mehr Geld haben als vorher und die investieren jetzt. Und die anderen halten, was sie haben. Also siehst du schon da auch in diesem Bereich eine neue Käuferschicht kommen, so IT-Manager, die vorher nicht auf der Insel waren? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass der Markt hier, wenn es sich weiter so entwickelt, wie es jetzt ist, dann denke ich, dass dieser Massentourismusmarkt und auch der kleine Immobilienmarkt einbrechen wird. Und Mallorca wird sich immer exklusiver darstellen. Also weniger Gäste, weniger Leute, aber im höheren Freisegment. Ah, das ist ja eigentlich wie bei uns Maklern. Geht zum Profi, auch wenn eine Spur teurer ist. Jetzt haben wir ja in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekriegt hast, Mandy, zum 23.12. ein neues Provisionsgesetz bekommen. In Deutschland, ganz kurz formuliert, muss zumindest die Hälfte der Provision vom Eigentümer kommen. Also früher war es ja in manchen Landstrichen üblich, dass der Käufer die Provision hat, in vielen Fällen auch der alleinige Provisionsbezahler der Käufer ist. Wie ist denn das jetzt einmal von dir noch abgesehen? In Spanien, auf Mallorca, ihr kennt keine Käuferprovision. Nein. Also bei euch ist es grundsätzlich so, dass die gesamte Provision der Verkäufer zahlt? Ja, also im Prinzip schon. Der Preis, den man sieht im Internet, der hat unsere Provision schon inklusive. Genau. Das wird nicht extra ausgewiesen wie in Deutschland. Also das ist schon mit dabei. Wie in jedem anderen Vermarktungsgut ist in dem Kaufpreis von den 15 Millionen eine bescheidene Vertriebs- und Marketingprovision integriert. Genau, das ist integriert. Die Rechnungsstelle geht an den Verkäufer und der Makler bekommt dann beim Notartermin auch direkt seine Bezahlung. Okay, die Provision ist fällig. Und der hat ja auch sofort die Kohle. Das ist ja eben anders. Das ist gut. Gut, jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt gibt es ja in Mallorca, da bist ja du nicht die einzige Maklerin. Genau. Leider. Oder zum Glück, das würden wir gar nicht schaffen. Aber es gibt ja da wirklich hunderte von Maklern. Ich bin oft auf der Insel und jedes Mal sind fünf neue da und drei alte sind wieder weg. Und eine wilde Fluktuation. Das heißt, der Wettbewerb unter den Maklern, der ist ja schon sehr hoch. Genau, ja. Okay. Das ist schon so. Wenn man einmal die Branche als Gesamten sieht, wie hoch schätzt du auf der Insel die Durchschnittsprovision ein? Also die internationalen Makler nehmen alle zwischen 5 und 6 Prozent. Die spanischen Makler arbeiten teilweise für 2 oder 3 Prozent. Aber in unserem Segment sind 5 Prozent der Durchschnitt. 5 Prozent plus Mehrwertsteuer. Okay. Und gerade, das ist ja so eine Angst von den deutschen Maklern auch. Gerade wenn es um so hohe Kaufpreise geht, schafft ihr es trotzdem, zumindest in den meisten Fällen, eure volle oder eine gute Provision durchzusetzen? Also in der überwiegenden Mehrheit der Fälle schon. Ja. Ich sage immer, zu 80 Prozent wird die volle Provision bezahlt. In 20 Prozent muss man vielleicht mal ab und zu hier noch einen kleinen Puffer einbauen, damit das Geschäft dann auch zustande bekommt. Aber in 80 Prozent der Fälle wird das bezahlt, was auch unterschrieben wird. Okay. Das, glaube ich, ist auch für die geistige Einstellung eine ganz wichtige Frage. Der Herr Klehmann, mein Freund aus München, fragt gerade, welche Ausbildungsverpflichtung in Mallorca herrscht. Also Sie müssen eigentlich genauso wie in Deutschland einmal beim Georg Ortner ein Seminar besuchen. Und dann dürfen Sie in Mallorca als Immobilienmakler arbeiten. Also ich glaube, es gibt noch keine Ausbildungsverpflichtung, aber ich habe gehört, die soll kommen, oder? Genau. Also es gibt zwar die Möglichkeit, dass man hier diese Ausbildung macht. API heißt es, also Archente Professionale Immobiliarium. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Und es gibt jetzt eine, wie sagt man, eine Assoziation, eine, ja, das fällt mir das deutsche Wort jetzt nicht ein, eine Gemeinschaft. Vereinigung. Die sich dafür einsetzt, dass halt die Makler alle eine Zertifizierung bekommen, um halt den Markt auch zu schützen und zu kontrollieren. Also wir finden, das ist eine sehr gute Sache. Und wenn es kommen sollte, sind wir natürlich auf jeden Fall dabei. Aber klar, das ist noch nicht verabschiedet. Ich glaube, es gab eine Verzögerung wegen Corona. Das soll letztes Jahr im Juni verabschiedet werden. Und dann ging es um Corona und andere Probleme. Und dann wurde die Entscheidung vertagt. Aber wir würden das auch sehr begrüßen, weil es gibt halt wirklich mehr Makler auf der Insel, die haben keine Ahnung. Und dann gibt es halt diese Probleme, dass der Käufer nicht weiß, dass er der illegale Finca gekauft hat, wo dann der Bagger kommt und alles abreißt. Und das passiert tatsächlich. Okay. Das bringt mich ja auch. Ich habe da noch eine andere Frage im Chat gesehen. Zu der komme ich gleich. Halten wir mal fest, viele Makler in Mallorca, keine Verpflichtung. Die Guten setzen durchaus auch wirklich hohe Provisionen durch. Die Schlechten oder die Einfachen mit den Schlechten, das ist vielleicht gar nicht richtig formuliert, da kann mir wieder einer berechtigt böse sein. Die eher Einfachen, die kostengünstig Organisierten nehmen so zwei, drei Prozent. Gibt es bei euch auch schon so reine Internetmakler, wie es in Deutschland gibt, die gar kein Büro mehr haben, die eine totale prozessartige Arbeitsteilung haben und im Prinzip alles über das Internet machen? Also so genau weiß ich das gar nicht. Warum gibt es das nicht? Zweite Frage in diesem Zusammenhang. Gibt es in Mallorca, ich merke das gerade auch in der Schweiz, im Moment stark steigend, gibt es bei euch Festpreismakler? Die sagen, für 10.000 Euro verkaufe ich dein Haus. Habe ich auch noch nichts von gehört. Okay, super. Danke für die Info an der Stelle. Okay, wie schaut es denn bei euch, und das geht ja in die gleiche Richtung rein, Alleinauftrag, allgemeiner Auftrag? Das ist ja in Mallorca, so in meiner Wahrnehmung, durchaus anders wie in Deutschland. Ja, also das ist hier mit diesen Alleinaufträgen gar nicht so üblich. Natürlich haben wir auch einige Aufträge in Exklusivität. Okay, wir nehmen aber nur diese Objekte überhaupt in Exklusivität, von denen wir der Meinung sind. Die sind auch gut verkäuflich von der Lage, von der Qualität und natürlich vom Preis. Weil, also das ist halt in Spanien generell nicht üblich. Es können 10 Makler dasselbe Objekte haben. Und wer dann halt besser ist oder schneller, der macht den Deal. Bei dir nur, dass wir dann ein Gefühl kriegen, von 10 Objekten, die du hast, wie viele hast du einmal im Alleinauftrag? Also wir haben im Programm momentan 700 Objekte. Davon sind 600 online, 100 im Secret-Marketing, also die dürfen nicht veröffentlicht werden. Und vielleicht haben wir 30 insgesamt exklusiv. Also relativ kleiner Prozentsatz. Vielleicht 5% oder so. Aber wir möchten auch nicht unbedingt so viele exklusiv haben, weil wir müssen ja auch durch diese Nicht-Exklusivität-Mentalität auf der Insel konkurrenzfähig sein. Und deswegen brauchen wir ein großes Tool von Objekten, die wir ins Programm aufnehmen. Wenn wir jetzt davon 100 exklusiv hätten, dann würden hier jeden Tag 10 Eigentümer stehen und fragen, was ist denn mit unserem Haus? Wo bleibt die Kohle? Ja, und das ist halt ein anderes Modell hier in Spanien, was aber auch eigentlich so ganz gut funktioniert. Ja, also ich finde das, oder ich glaube, viele Teilnehmer finden das ja an der Stelle spannend. Ich kann mir mal vorstellen, dem einen oder anderen ist gerade der Kaffee runtergefallen im Büro, als du gesagt hast, ich habe 700 Objekte. Also das kennt so ein deutscher Markt. Ja, das ist halt ganz anders hier. Wie kommst du an die Objekte? Was machst du? Hast du ein eigenes Einkaufsteam? Oder wie kommst du an diese Massen an Objekte? Und ich kann mir mal auch vorstellen, da sind ja bei 700 Objekte, da sind ja schon auch ein paar Liebhaberobjekte dabei. Also ich meine, die hast du schon so lange im Bestand, dass du dich selber so lieb hast, dass du dich gar nicht mehr hergeben willst, oder? Genau. Also manchmal ist man tatsächlich traurig, wenn jetzt ein Haus verkauft wird, weil es nicht mehr da ist. Ja, das kann man auch. Das denkt man noch. Ja, also klar, nach neun Jahren von unserer Firma, da sind halt viele Objekte rangekommen. Viele sind auch im Wiederverkauf. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk. Unsere Mitarbeiter wohnen alle in den Dörfern, wo unsere Büros sind. Es ist über Empfehlungen, es ist über Nachbarn, Wiederverkauf und natürlich auch, wir machen viel. Also ich nenne das Ganze, was du betreibst ja, Mandy, das ist ja, ich nenne das Ganze immer Farming. Für alle Leute da draußen, die uns jetzt zuhören, also die Mandy umschreibt das jetzt vielleicht. Aber ich finde, das ist gerade auch in Mallorca wie bei uns so einer der Schlüssel. Die Mitarbeiter wohnen in den Dörfern, wo sie die Häuser verkauft haben. Die nehmen am sozialen Leben teil. Teilweise, deine Mitarbeiter haben, ich glaube, jeder zweite oder dritte hat Kinder. Oder die gehen in die Schule. Das ist jetzt nicht so dieses, ich weiß es nicht, schicke Micky-Leben, was deine Mitarbeiter führen. Also das hatte ich ja nie das Gefühl, als ich bei dir war. Bei dir auch nicht. Ja, das stimmt schon. Also wir sind jetzt nicht solche Makler, die an jeder zweiten Tür jeden Tag klingeln. Wir machen das Ganze organisch. Also die Kinder von unseren Mitarbeitern gehen auch auf private Schulen. Man lernt dann dort viele Leute kennen, die kaufen oder verkaufen wollen. Wir haben auch nicht nur Leute, die im Ausland sitzen und kaufen wollen, sondern man kann fast sagen, 30, 40 Prozent unserer Käufer sitzen tatsächlich schon auf der Insel und kaufen sich ihr Zweithaus. Oder verkaufen eines und kaufen was Neues. Und klar, die Objekte, die summieren sich. Und wir brauchen auch ein großes Angebot, um konkurrenzfähig zu sein. Was manchmal sehr schwierig ist natürlich, dass die Preise uniform sind. Gerade bei spanischen Eigentümern. Der englische und deutsche Eigentümer gibt uns einen Bruttopreis, den wir an den Markt geben können. Egal, ob wir jetzt 5, 6 oder 3 Prozent nehmen. Der Spanier sagt immer seinen Netto-Preis und jeder soll raufschlagen, was er möchte. Wir versuchen das immer zu erklären. Das funktioniert aber nicht immer. Und dann gibt es vielleicht vier, fünf verschiedene Preise am Markt. Und das ist halt dann auch schwierig mit der Vermarktung, wenn ein deutscher Kunde das auch nicht versteht. Wie macht ihr das jetzt zum Beispiel? Ganz simpel. Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen von unseren Teilnehmern ein Rätsel. Jetzt sitze ich hier bei mir am schönen Bodensee, am Rechner. Und jetzt sehe ich, gebe ich ein Immobilie Mallorca, weil du ein gutes Google-Marketing machst, sehe ich bei dir ein Haus. Ja. Da denke ich mir, ach, das könnte ich mir doch vorstellen. Stelle da ganz flugs eine Anfrage, aber ich schaue ja weiter. Und dann lande ich bei Makler B. Der hat jetzt das gleiche Haus im Bestand, aber ganz anders fotografiert. Und ich in meiner Schusseligkeit merke gar nicht, dass das gleiche Haus ist und frage das Objekt bei dem anderen Makler eine halbe Stunde später an. Wessen Kunde bin ich jetzt eigentlich? Naja, der Kunde zahlt ja nicht die Provision, das zahlt ja der Verkäufer. Deswegen, wer zuerst im Haus ist mit dem Kunden, hat den Provisionsanspruch. Ah, jetzt ruft mich der Makler B. schneller an wie du und jetzt mache ich mit ihm einen Termin, bevor ich ihn mit dir gemacht habe, dann bin ich sein Kunde. Genau. Das heißt, ihr seid gezwungen, auch auf Erstanfragen sehr, sehr schnell zu reagieren. Ja, absolut. Das ist ja auch etwas, wo so ein deutscher Makler sagt, naja, jetzt habe ich da relativ viele Anfragen, ich habe meinen Alleinauftrag. Das ist jetzt nicht Prämisse eins, dass ich jeden Kaufinteressenten sofort kontaktiere und qualifiziere. Das ist aber bei euch, bei euch geht es um den Käufer, nicht um den Verkäufer. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also wir müssen halt schauen, dass wir schnell sind. Es ist manchmal natürlich auch schwierig, weil wenn verschiedene Makler dasselbe Objekt haben, dann kann es sein, dass die Frau bei dem einen Makler anfragt und der Mann bei uns und der eine hat vielleicht schon den Termin und der andere weiß es noch gar nicht. Also es gibt auch viele Makler, die versuchen schon den Kundenschutz dem Eigentümer zu schicken, bevor sie drin waren. Das ist eigentlich, rechtens ist es nicht. Also wenn es darauf ankommt, wäre das nicht für die Provisionen ausreichend. Im Prinzip, wenn man mit dem Kunden in der Tür war, dann ist der Provisionsanspruch gewährleistet. Okay, okay. Das habe ich jetzt verstanden, glaube ich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Was mich natürlich auch interessiert, jetzt hast du 700 Objekte. Da hast, sagen wir mal, 100 exklusiv. Aber das heißt, zumindest einmal 300 haben vier andere Makler in der Region auch. Ja. Ist das nicht für den A? Wie könnt ihr euch, damit meine ich nicht nur dich, sondern auch die anderen Makler, wie kannst du die Infos von 700 Objekten irgendwo im Kopf haben? Wahrscheinlich eh nicht. Und die zweite Frage ist, wie geht da, wie, 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 dann gerade in der ersten Vermarktungswoche hast du drei Anfragen, der andere Makler drei Anfragen, der dritte Makler vielleicht zwei Anfragen. Da ist ja der Eigentümer auf einmal total im Terminstress. Ja. Also erst mal zu der ersten Frage, wie wir die Information und die Qualität gewährleisten bei diesen ganzen Objekten. Also wir haben natürlich die Objekte nicht alle in einem halben Jahr aufgenommen. Wir haben die jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren akquiriert, welche im Wiederverkauf und so weiter. Und wir haben ein sehr gutes Computersystem. Da steht zu jedem Objekt die Legalität drin, die genaue Lage, die Umstände, der Grund des Verkaufs, wir haben für jedes Objekt die Unterlagen abgespeichert, sei es jetzt Grundbuchauszug, Katastrophe und daneben, also Grunderwerbsteuer. Wir haben also wirklich für jedes Objekt qualitative Auskünfte zu geben. Das ist, glaube ich, schon auch eine Leistung von dir, dass du das sicherstellen kannst, dass deine Mitarbeiter das können. Ja, ja. Also wir haben ja dann auch regelmäßig Schulungen zu den Unterlagen, zu der Legalität. Und von daher klappt es eigentlich wunderbar. Und die zweite Frage war, habe ich jetzt vergessen? Nein, nein, die zweite Frage ging um den Eigentümer. Jetzt kann ich mir nur unter deutschen oder österreichischen oder Schweizer Verhältnissen vorstellen, wir kriegen ja in der Regel in unserer ersten Vermarktungswoche die meisten Anfragen. Und jetzt haben so zwei, drei, vier Makler das Objekt, schalten das hoch auf Idealista oder schreiben ihre Newsletter, schreiben ihre Kunden an. Und da hat ja der Eigentümer totalen Terminstress. Na ja, nicht unbedingt. Also die Anfragen heißt ja nicht gleich, dass die Leute gleich alle kommen. Also viele sitzen ja im Ausland. Die fragen unheimlich viel dann natürlich an und wollen den Lageplan oder den Grundrissplan und so weiter und Zusatzfotos haben. Aber die sind ja noch nicht alle hier. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied von Deutschland, wo die Leute auch schon vor Ort sind. Und natürlich hat der Eigentümer, wenn es mehreren Maklern gibt, mehr Stress. Also wir empfehlen denen immer, entweder mach es exklusiv oder gib es nur zwei oder drei Maklern und gib es nicht zehn oder zwanzig. Also zwei oder drei Maklern. Und die meisten Eigentümer haben natürlich auch den Gärtner oder die Haushälterin, die dann aufsperrt, sodass er selber gar nicht dabei sein muss. Okay. Also das hat man dann schon auch häufig, dass die Eigentümer das nicht selber machen. Und bei exklusiven Objekten habt ihr den Schlüssel dann? Ja, also sowohl bei exklusiven als auch nicht bei exklusiven. Wir haben sehr viele Schlüssel von Objekten, die leer stehen. Okay. Mandy, ich bin dir wie beim letzten Mal unendlich dankbar, dass du uns deine Zeit schenkst. Ich glaube, das war wirklich einmal auch ein echter Einblick auf die Insel und nicht von irgendeinem Gedöns, der uns erzählt, was er für ein Held ist und was er gerade für Reisen macht oder sonst irgendwas. Vielleicht letzte Frage von mir. Ja, wenn so Kollegen aus Deutschland kommen, also aus Baderborn, aus Wien, aus München, der Herr Kleemann zum Beispiel und sagen, naja, ich habe da einen Münchner Kunden, der kaufen oder verkaufen möchte, arbeitest du mit Gemeinschaftsgeschäften, arbeitest du mit Tippgeschäften oder machst du das gar nicht? Ja, das machen wir schon. Also wir machen auch Kooperationsgeschäfte und unter Untermaklern natürlich hier und da. Und wir haben auch Typ-Commissions, klar, wenn uns jemand ein Objekt bringt oder ein Käufer und das ist jetzt keine Agentur, dann werden die trotzdem als auch für ihre Empfehlung belohnt. Okay, cool. Ich kann euch auch an der Stelle sagen, mehr darf ich natürlich datenschutzrechtlich nicht sagen, aber ich habe auch gerade dafür gesorgt, dass einer meiner Freunde über die Mandy das Haus verkauft. Ich glaube, das ist ja vom Auftrag her, hat das funktioniert. Vielen Dank. Super. Allerletzte Frage, der hat mich jetzt, Herr Willkopp, inspiriert, wäre ich jetzt gar eine gute Frage. In Deutschland, fangen wir mal so an, haben ganz viele Kollegen mittlerweile so eine kostenlose Immobilienbewertung auf ihrer Homepage oben. Also so unter dem Motto, geben Sie drei Eckdaten ein, eine Minute später haben Sie ein Ergebnis, das sagt Ihnen, wie viel die Hütte wert ist. Das kann ich mir aber bei so einem Landhaus mit 8000 Quadratmetern und mit einer teilweise mit einem illegalen Pool, wie macht ihr eure Bewertungen? Also online kann ich es mir mal vorstellen, das dauert bei euch ein paar Jahre noch, bis die Datendichte so hoch ist. Oder gibt es das schon? Also bei uns gibt es das nicht. Wir bieten eine kostenlose Immobilienbewertung an, aber nicht online, sondern wir fahren dann oft vorbei und schauen sich das Objekt an und wir arbeiten überwiegend mit dem Vergleichswertverfahren. Das heißt, wir kennen ja unseren Markt, unsere Umgebung, wir wissen, was die Objekte kosten, zu welchem Preis die verkauft worden sind, wie die Nachfrage momentan ist. Ein bisschen lauter, ich glaube, du wirst leise gerade. Ja, geht's jetzt? Nimm das Ding hoch. Vielleicht das? Hallo? Ach ja, jetzt geht's wieder, vielleicht auf die letzte Minute, dass du nochmal ganz kurz haltest. Ich wiederhole es nochmal. Also man kann das nicht so pauschalisieren. Wir haben einen Service, der natürlich Immobilienbewertung anbietet, anhand vom Vergleichswertverfahren. Sprich, was wurde verkauft in der Gegend, was dürfen die Objekte kosten, wie ist die Nachfrage? Von so einem Tool, von dem du sprichst, halte ich hier für unseren Markt gar nichts, weil man kann das nicht vergleichen, das ist jeder, jeder Objekt ist einzigartig und unheimlich wichtig ist immer der Blick, die Lage, die Ruhe, ob Stromkabel rübergehen oder nicht, ob es legal ist oder nicht und so weiter. Also man kann das nicht vergleichen. Okay. Ist für mich absolut nachvollziehbar. Mandy, noch einmal ganz herzlichen Dank. Liebe Teilnehmer, ich glaube, war eine super spannende Maklersprechstunde. Klar, hat sich jetzt nicht um Akquise oder um Verkauf, wie wir in Deutschland die Welt verbessern können, hat sich um Mallorca gedreht. Ich kann mir mal vorstellen, auch geschäftsmäßig, vielleicht hat ja der eine oder andere wirklich von euch einen Eigentümer oder einen Käufer aus der Gegend. Ich arbeite mit der Mandy an der Stelle wirklich seit 15 Jahren sehr vertrauensvoll zusammen. Ich kann euch sagen, wenn ihr mit ihr arbeitet, habt ihr an der Stelle wirklich einen Profi. Zum Zweiten, die Aufzeichnung der Maklersprechstunde heute gibt es natürlich wieder in unserer Facebook-Gruppe. Auch da können Sie gerne Fragen stellen. Auch da helfen wir Ihnen gerne weiter. Ansonsten, ich darf mich bedanken für Ihre Zeit. Nächste Woche, um was geht es denn? Nächste Woche, ich weiß es gar nicht. Warten Sie, ich schaue einmal in meinen Kalender rein. Nächste Woche, ich weiß es gar nicht. Nächste Woche geht es ums Farming. Ganz spannend, also kann ich Ihnen nur raten. Ich habe den Frank Kirsch zu Gast. Wahrzeichen Marketing aus Köln. Mit dem werde ich über Zielgruppen sprechen und wie wir die erreichen können. Also halte ich für einen ganzen wichtigen Termin persönlich. Seien Sie dabei. Nächste Woche, Dienstag, 11 Uhr. Mandy, noch einmal Dank allen Erfolg dieser Welt. Dankeschön, Ger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.